noch ein treffer wenn wir gleich wieder losgehen darf ich dann anderes hier nehmen weil es ganz schön langsam noch ein treffer ich komme wir haben keinen weiteren wo bist du bist du zweiter insel ich bin noch nicht durch kohle was ist ein doner guck dich mal um siehst du pinguine weiß ich nicht nein lass mal auf die insel da vorne ich glaube ich glaube ja ich glaube der rocky launcher schuss den ich gegeben habe hat nicht gezählt doch noch mal schon das bloß ja ja egal die stehen da schon lange ein rocky launcher schuss hält so aus bist du sicher ja ja ab 340 leben hält so einer aus ja ich habe aber nicht 340 leben ich habe 140 das kommt noch ich glaube noch mal schlackt das immer nur 340 dmg mhm ich habe mich dann direkt in die scheiße wenn ihr keine pinguine sind das machen wir zurück jetzt dann wir haben ein bisschen mehr ne hier ist nichts war dann auch schon irgendwer wahrscheinlich waren die auf pinguine insel 1 zuerst und wir auf pinguine insel 2 kack ist halt ich kann ich kann von terry nicht einfach runterschießen lustig dieser baby brunt einfach aussieht mhm ich will nach uns nach hause an in der zeit ist er wohl wieder drauf das ist in den narkotex gefarmt dann schnapp dir das ankylo bruder was machst du als nächstes wahrscheinlich gehen wir noch mal los aber irgendwie wollte ja ein wolf baby machen oder nein das ist jetzt nicht der erste ach scheiße jetzt hab ich mit dem wölf auf jeden fall warten äh penny bist du auf pinguine insel 1 ins inventar gegangen äh ne einfach gesprungen bin wieder drinnen ja ok ist gut ähm warte noch zu ich bin raus weil ich bin ins inventar gegangen da gibt es nämlich ein bug wenn du ins inventar gehst ist rip ach du bist auch raus ja ja ich bin ins inventar gegangen jetzt hab ich shooter gamecrash ey krass alter bist du ins inventar gegangen nein oooh fuck oh ich hab die ganze Zeit ne katze von kingdom verfolgt oh egal ich bin jetzt an der base krass 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 magnik und k krass 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 Store krass ja 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 ja, ist ja mit einer unterwegs was ist deine, guck mal, guck mal der ist männlich oh so, ich join grad wieder ok cool ist, dass ich ne SD hab, man. Dauert es nicht immer 10 Jahre 10? nein nein ne, ne ssd ein wolf ist männlich ok, äh, meute, ich seh dich aber nicht, ne also, du bist wach so hier äh, ich müsste beim Terry sein ja so, ich wieder wieder rüfte joinst auch grad wieder naja, bin dabei, private game da warte, jetzt mach mal erstmal wolfbabies irgendwie ist noch nicht da, oder? ne ... 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 sind keine guten freunde ich hab da nicht probleme ich hatte da bis jetzt auch nur eigentlich nie probleme nur heute keine ahnung also in 25 minuten können wir rex baby machen geht jetzt noch ein zweites schildkröten ein pole schmeiße doch bitte die eine schildkröte welche andere schildkröte drinnen im kühlschrank ist ein schildkröten eil während du wartest zwei kannst du dir doch claim das ist befruchtet so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo bist denn du? Richtung Stargate, find ich mich schon. Ah, da bist du. Er sagt, ah, da bist du. Ich sehe ihn nicht. Ah, okay. Hast du so Kibbel jetzt oder nicht? Ja, gut. Nee, warum? So sag ich, Kristallentum. Was bringt das? Also, ich hab deine Leihung. Äh, das ist der Fabricator. Das wär dann schneller gegangen. Jetzt muss ich halt warten, wir sind noch einmal Fischfleisch. Mit dem Kittel wär's halt schneller gegangen. Statt das Fischfleisch abzuwarten. Wir haben kein Rohmetall mehr. Äh, guck mal in die Fortzüge. Oder ordentlich? Äh, nee, in einem Lergen Kilos ist Rohmetall. Hier der 124er an Kilo, da ist noch 1300 Roh. Hast du den ganzen Berg einmal abgefahren? Ja. Falls du ordentlich, ich hab schon Ammoflame getrickt. Achso. Ja, super. War das Saber Baby jetzt schon draußen? Aber... Milka, wie sieht's aus mit dem Saber Baby? Äh, der Saber Baby, äh, die Mutter braucht noch 18 Minuten, dass sie ein Baby machen kann. Also ist noch nicht so weit. Wir müssen noch warten. Bis ich schwanger wird. Das ist wies, urig. Lass doch erstmal hier... ...dann Wolf. Was? Was? Hier bist du? Ja. Oder ich clame einen Wolf. Ähm, in mir hast du den Giga jetzt schon geclamed. Naja, ich war doch schon auf der Wüste. Dann... Du warst für die anderen zwei Holen, ich muss zurück. Naja, ich war jetzt für die anderen beiden Holen und hab schon mit Nick holen mehr gemacht. Jo. Hast du schon ein Tier? Ich? Ne, ich hab einen Low Saber. Ah, der reicht erstmal. Bis ich mir einen, äh, claimen kann zwischen kann. Ähm, weil ich komm mit dem schwangeren Wolf zurück. Wenn das denn schon, der ist... Moin, eigner Wolf ist schon... ...moll erzucht. Du hast dann zwei die Generation... Jo. Wo der 145er vor dem ist. Oder wir lassen deinen, äh, Wolf zu Hause. Der braucht aber ganz schön lange, Alter. Ich schaff nur mal kurz von dir hin zum... Ja. Ich bin mal kurz weg. Oh, ne, hast du Schiss an dieser Stelle? Hä? Das ist... Das ist Nervekitzel, das da. Hache. Hast du gesehen, dass ich keine Richtung hab? Ja und? Ist doch geil. Hier kommt eh keiner lang. Seid ihr jetzt noch auf der Wüste? Nein, nein. Auf dem Rückweg eigentlich... Ich hab halt die Schügelrück gefunden. Das war ein Muss. Ja, okay. Dann dauert es jetzt ein bisschen, bis ihr hier seid. Nein, das ist ja umhändlich. Nein, das ist ja umhändlich. Also, ob man den Schwangerschafts-Test, wenn man sich draufsetzt, auf Null setzt. Lol, alles ob. Hä? Ich dachte nur Mate. Sattel runternehmen demnächst. Wenn halt, dass irgendwas vorbeikommt. Ähm, wie heißt es? Diese Session brauchen wir uns aber nicht mit Kingdom wieder anfreunden, ne? Weil ich würd' gern den Ankylo von dem wieder wegsprengen. Rausetzen? Empi? Empi. Mal. Ja. Was ist? Dürfen wir den Ankylo wegsprengen oder nicht? Der steht an unserem Berg in nem scheiß Steinhaus. Ist das dann eigentlich so ne Art Raid, oder? Nein. Bin ich der Hauptraise. Nach Wandern aus? Ja, wenn Inti jetzt nix sagt. Ist die jetzt fertig? Ja. Ich glaub ich muss zurück, nur wie schnell das geht. Du musst die Schildkröte. Okay, dann lass ich den Ankylo leben. Ja. Oder versuchen willst, die drauf zu etzen. Geht auch. Erklämmt es euch den Wolf? Okay. Okay. Du hast die Katz. Ach, die Schildkröte ist doch kacke, alter. Jetzt jammer nicht, wir brauchen sie. Ähm, Ilka, du kannst Schildkrötenzettel herrschen, richtig? Hab ich gemacht, in der Smithy. Wir brauchen noch zwei. Okay. Wir haben noch zwei Eier gehabt. Und die eine ist weiblich, also dann nochmal ein Ei. Also mach gleich nochmal drei Settel. Hui, Alfa. Soll ich noch was fahren, oder so? Ich hau jetzt auf jeden Fall nochmal das Metall wieder ab. Ja, genau, Metall geht immer. Aber deswegen ist auf dem... Äh, wenn nicht vielleicht Zement, auch noch mit Frosch. Ja, okay, Zement hab ich keine Ahnung, komm, weil er auf der Farm darf. Bin ich auch auf dem Imperium-Server am Verzweifeln. Wer war das denn? Der Trap von Ilka meinte doch hier, äh, wenn ein Spot, wo... Mann, 100, äh, 40.000 kriegt. Ja, aber da kann ich nicht allein rein. Ja, die Swamp-Pöde, da war ich auch mal drin, aber ich war da drin, da war kein einziger Fliege. Nein, das ist ein anderes Spot. Und ich hab'n Arsch und gesagt, das wird sich nicht gemerkt. Ja, ich bin deshalb heute dabei. Aber von anderen, das wird sich die Info-Code... Oh, ich will bescheid, so ein Kack-Nub, er... Was kann ich dafür? Du verbietest mir ja den Ankylo wegsprengen. So, Ilka, wo bist du? Äh... Wolf-Baby kommt in... 5 Sekunden. Wo bist du? An der Base. Ich bin bei... In der Base, ja, bin ich auch. So, juhu. Wo, 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 Arda? Baby ist du, schnell! Alter, guck mal. Hinter... Es hat eine Farb-Mutter... Also, wenn du möchtest, ich nehm's gerne. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Antja, Ilka. Ist das blau oder ist das lila? Das ist nöwig. Wird wandern aus, natürlich. So, äh, ich geh mal bis zum Wohnen und dann kann ich wieder... Ich kann auch dann wieder los. Wow, wer ist wieder durch die Mitte gelaufen? Bitte. Und hinterbacken die Tiere durch die Welt. Komm, dann zurückzuhren. Oh, Alpharabdor sogar zwei Stück. Kann ich irgendein Tier nehmen oder so? Pff, Diablo muss es wohl ein Giga gegeben haben. Kann ich irgendein Tier nehmen zum Rumlaufen? 200. 200? Okay, ich hab 250, dann sollte es fallen. Kann ich irgendein Tier nehmen zum Rumlaufen? Nehmen irgendein Lose-Silber. Wir haben, ja, die sind all besetzt. Was hast du denn vor? Die Leute eben. Also, auf, wie bist du dabei? Ja, du kannst hier gleich hin. Ja, dann geh mit in die Pianfrau. Warum? Ist gefährlich. Was ist denn da? Weil von jetzt auf gleich, du drehst dich um und dann macht's Boom. Von jetzt auf gleich sind da 500 Spieler. Wir haben momentan keine freien Tiere. Was muss denn gefahren werden? Panic. Wir können... Cement und Pei. Der ist zum Züchten. Panic, wir können auch zu zweit zu Fuß gehen und... Ähm, ich hab ein kleines Problem. Weil die Schildkritte greifen gleich drei Rechse an. Ah. Getamed? Ne. Ähm, hier, Gianluca, kannst du mir mal einen... Wieso, wenn die Zucht kannst mitgenommen... So eine Taucherflosse machen? Das denn? Was? Was? Achst du genau, nur Flasche oder... Nur Taurerflosse. Ja, GG. Du kriegst eine Flasche. Stimmt, Panic, könnt du losgehen. Ja, Flasche brauche ich auch. Wer hat der Saber? Ruhe jetzt. Ich bin auch nur im Kühler. Wer ist alles mit Saber in der Welt? Ich, äh... Wo bist du? Ich bin jetzt, äh, beim Stargate. Ich warte auf euch. Zirik, komm, du hast falsche Tiere mitgenommen. Ist ein Low Saber. Ja, anbieten kann, ist... Wer hat das Saber genommen? Wäre geil, wenn ihr mir helfen könntet. Weil drei Rechse platz zu machen, mit einem Level 10er Wolf, so gefühlt, ist scheiße. Also, da ist ein 236er Saber. Im Kichern, Low Saber, 93. Der war 55. Der hab ich hochgelegt. Ne, jetzt ist der Alpha, da auch noch hinter mir, Alter. Ja, die Schildkröte rippt halt, ne? Ja, wo bist du? Ich komm, die helfen. Ich hab komm, Pum, Pum. Naja. Pass auf die Schildkröte. Ich bin mit seinem Kackvogel. Hier, hier, das sind... Ja. Komm mit, wir gehen dann zu Fuß. Ja, warte, 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 warte. Ich muss noch auf den Kühler ausladen. Vor der Tür können da eich Schweine-Theme zum Beispiel. Dann haben wir was, wo der nicht zu Fuß findet. Wir haben jetzt ne ganze Reihe voll mit Schweinen, die genommen werden können. Kannst du... Können alle genommen werden, oder sind da Zuchttiere gute? Ähm... Mit nem Schwein losrennen. Alles unter runter kannst du auf jeden Fall nehmen. Okay, komm, Pum, 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 schnapp mich. Im Gehen? Mit nem Schwein losrennen. Im Gehen bist du bereit? Wir sind schnell. Für. Da würde ich nämlich dein Gewicht so gar nicht. Alter, nee, da laufe ich lieber zu Fuß, Alter. Warte, mach mal schnell, ich mach mal noch die Giga. Warte, ich nehm noch Fallschirmament. So, mit Schwein geht's klar. Kannst du raketen vom Feuer. Obwohl nicht, ich geh auch zu Fuß. Ist unauffälliger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017